. . . . . . . Mädel! Mahlzeit! Mehlkorb! Keine Ahnung was! Hier, Passat ist auch wieder am Start. Tine fährt den aktuell, aber ich muss heute einen Schrank abholen. Hier hab ich die mitgenommen. Pass auf, Jungs! Moin erst mal! Ähm, ja! Ich bin total nach meinem Zeitplan eigentlich. Ähm, gute Neulichkeit für euch. Ich hab eine Hallenextension. Erstmal, die da hinten weg gibt's noch nicht. Die kommt erst ein halben Jahr ungefähr. Erst dahin darf ich diese Halle nutzen, die da vorne ist. Ich will ja nur mal ganz grob zeigen, worum es geht für euch. Aber ich dachte, ich will ja nicht filmen in dieser Halle, weil das so viel Kram drin ja nicht mir gehört. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch vorstellen, ähm, ich kann jetzt hier auslagern. Fahrzeuge, ne? Gut. So viel dazu. Was ist Plan? Wir wollen dieses Regal hier wegnehmen. Morgen. Mal gucken. Ich werde heute Abend noch einen Livestream machen. Wie gesagt, das ist ja eine Vergangenheit für euch, was jetzt hier kommt. Ähm, ob wir ein paar Jungs kriegen, die mir helfen, diese Scheiße umzuschichten. Weil viel muss auch auf dem Dachboden drauf. Damit ich diese Fläche hier auch nutzen kann für meinen Scheiß. Wisst ihr? Die Fläche und dann den Tor Fahrzeuger auslagern kann. Das heißt, Außenlager ist bald weg in Friedeburg. Bald ist alles wieder in einem Haus. Was natürlich viel geiler ist für mich. So, Jungs. Gut. So viel dazu. Ich bin ein bisschen in Eile. Warum? Weil ich dick bin? Nein. Ah, deswegen nehmen wir auch. Weil der Kompressor gerade laut ist. Ähm, pass auf. Heute ist geplant. Gurkenprobefahrt. Die erste. Hoffentlich fährt die Karre gerade aus. Ich hab die Längung gemacht. Die ist wieder leichtgängig. Einmal eben die Backenkollege da. Das war grad zu laut. Ah, leider kein Schalter. Der schalter ist mich nur. Du kriegst ein Gewicht da unter. Deswegen lieber den doofen Decker da drauf lassen. Jan, hast du geil gebaut. Geh bis heute, ne? Ist in der Gemeinschaftskonsession von Jan und Mirko. Mirko hat den besorgt und den Tank. Und Jan, der hat den damals zum Laufen gebracht. Richtig. So. Machen wir die Haube mal eben auf. Weil heute soll dieses Auto wieder fahren. Im Straßenbahnhof. Das ist im Verkehr. Ist die erste Fahrt. Ist der Plan. Bevor es ganz dunkel ist. Wie gesagt. Ich hab heute ein bisschen Familienkram noch gemacht. Wieso? Leider. Hab ich heute halt gemacht. Bin jetzt halt erst hier. Hab ein bisschen Zeit. Hab gedacht. Komm. Heute bringe ich mir die Gurken auf die Straße. Und mach noch ein bisschen mehr. Aber der hat nicht in dem Video, ne? So. Pass auf. Meine Heizung ist für mich abgegangen. Alles abgeflogen. Das muss eben dran. Im Trabi ist wichtig, dass die Heizung funktioniert. Ansonsten sind die Scheiben dauerhaftig. Warte. Stinkt nach Kleber. Und ist glaube ich auch so ein bisschen ab, ne? Ja. Rutscht da rein, das Gummi. Das reicht erstmal. So. Mit Kleberband. Das hier. Und mit Panzertapf. Zudel machen. Zumachen wieder. Und gut ist das. Eigentlich ist so ein Schlauch länger. Aber müsst ihr euch vorstellen. Je älter die Scheiße wird. desto stärker zieht sich das Gummi zusammen. Das seht ihr ganz öfters bei älteren Autos auch. Kann das hier ganz so zählen? Kann man nicht sehen, oder? Hier beim Pontiac zieht das ganz so. Guck mal, beim Pontiac ist das Gummi zusammengezogen. Ist das kürzer geworden. Guck mal, wie schnell ein Zwischen gesetzt. Je älter es wird, es zieht sich wieder zusammen und wird immer härter und immer schlechter. Das ist Gummi. Deswegen auch scheiß Reifen, wenn die alt sind und so. So, ich mach da den Panzertab drum, immer diese Scheiße hier. Damit das hier zu ist. Wenn ich weiß, was das ist, das ist die Heizung. Die Warmluft geht hier durch den Krümmer raus und durch das Gebläse. Hier ist so ein Gebläse, seht ihr das? Geht hier durch, geht hier in diesen Schlauch rein, geht da raus, geht in den Krümmer rein, geht da hoch, ne? Haben wir doch Sommermodus, wir haben doch Sommermodus weiter. Da muss man mal, dass die Kerne wieder drauf machen, sehe ich gerade. Weil, ganz wichtig, damit der Motor warm wird und der Innenraum nicht so kalt, das sieht jetzt die warme Luft vom Krümmer unten an. Darum geht das, damit der Motor einfacher warm wird und ich den Arsch auffriere. Na gut, auf jeden Fall, die warme Luftstatt sind hier durch, da rein und geht da durch den Innenraum, ne? Ich hab das schon mal genauer erklärt. Ich mach jetzt nur eine Schnellvariante, weil ich halt jetzt los will. Ich will fahren. Und ich soll euch ein bisschen Tageslicht mitnehmen, weil es keine scheiße Dunkel wird, ich hatte keine Zeit, hatte. Hat Spaß mit Panzertape, das sieht viel besser aus. Hier gibt's auch noch, alle Reparaturen Marke Panzertape. Nehmen wir das hier, das ist auch ganz geil. Ich hab euch eine Sache. Hätten die bei Sachsenring damals Kabelbinder gehabt, in großen Mengen, wären diese Autos ganz anders entstanden. Ungefähr so, ne? So, das ist dran, das ist zu, ne? Kabelbinder, Panzertape, mehr brauchst du nicht für so ein Auto. Wie neu. Ah, richtig Patina. Richtig urkig. So, fahren wir die Mäben raus und hoffen wir mal, dass die gerade ausfährt. Wie gesagt, ich hab so ein bisschen Angst drum. Wenn man das einseitig sieht, weil wenn man das einseitig sieht, müssen wir mal gucken, ob wir das Fahrrad noch mal eingestellt kriegen. Oder wir müssen hier... Oh, der Deckel muss auch wieder gerade. So. Einfach müssen wir. Ja, Fahrschirme tauschen. Mit Pechfahrschirme tauschen. Wird nicht so geil. Hätte ich keine Lust zu. Übrigens, das hat doch ohne Schok jetzt, ne? Ich hab ohne Schok gestartet, der hat ohne Schok Leerlauf. Mitten im Winter. Das ist revolutionär für den Trabi. Wie gesagt, ich würde niemals ausschließen, dass der Wagen einen auf der Achse gekriegt hat. Ich schätze mal, der hat mindestens einen kleinen auf der Achse gekriegt. Bei dem 7,5 Tonner, der den mitgenommen hat. Weil der muss ja irgendwas gekriegt haben. Anders geht's halt gar nicht. Aber ich geh mal davon aus, wir gucken halt nicht, ob der einen mitgekriegt hat. Sondern wir gucken, ob er so fahrbar ist. Und wie er auffährt. Aber wenn nicht, müssen wir die machen. Wir müssen die Bremsen noch machen, die Fläuche, die müssen noch auf dem Plan stehen. Die haben wir noch nicht gemacht. Wenn ich erstmal gucken will, wie der ganze Gesamtaufbau funktioniert. Weil wenn der Fahrschirme raus muss, ist es einfach, die Bremse zu tauschen. So, bevor ich anfange zu sammahlen hier, gucken wir mal, was die Kiste macht. Unser Ziel ist, Squat-Tankstelle Friede... Oh, beim Fernlicht geht mal wieder nicht. Der Fernlichtschalter geht nicht. Was ist das denn? Der kann auch gar nicht mehr gehen. Der Hebel ist abgefallen vom Fernlichtschalter. Was ist das denn? Ich hau mich weg. Ja, toll. Scheiße. Mein Nidhebel ist kaputt. Toll, die haben jetzt Halle gemacht. Die sind scheiße. Ich kann mit euch wetten, ein kleiner Unfall ist daran schuld. Ist sicherlich abgefallen dadurch. So, mal gucken, wie er jetzt fährt. Fühlt sich normal an bisher. Das Lenkrad steht immer noch schief. In meinen Augen sogar schiefer wie vorher. Bremst er? Ja, der bremst. Noch ein bisschen ungesittet, aber er bremst. Oh, ist der am Rauchmann. Ja, der Greta freut sich. Alter Schwede. Aber bisher, er zieht nicht ein, der fährt gerade aus. Ich muss nur mal ein neues Loch bohren für das Lenkrad, das wieder gerade steht. Und nein, ich mach keine Achsvermessung. Das macht beim hier 100 kmh Auto wie so ein Trabant keinen Sinn. Fühlt sich okay an, die Kiste. Auch wenn er das Lenkrad fast, ich sag mal, ja, was ist das? 45 Grad schief steht? Aber er zieht nicht einseitig. Fühlt sich normal an. Fahne ein bisschen langsamer. Leute, die sich beschweren, die hier wohnen. Der Junge ist immer da, der da steht. Irgendwie ist er immer da am Stehen und guckt. Also ich mach mal den Spiegel ein bisschen höher, den kleinen. Den schönen kleinen neuen. Können wir einen zweiten davon anbauen. Dann haben wir noch irgendwo einen zweiten rumfliegen. Dann haben wir Originalspiegel am Trabi. Eigentlich langweilig, aber ich will es machen, ne? Dann müsst ihr eigentlich einen M3-Spiegel kriegen mit so einem Scheiße. Auch ganz lustig. Das ist auch ganz lustig. Immer klappert da. Kommt aus dem Innenraum. Was ist das denn? Was klappert denn da so? Weißt du das? Naja, es kommt die erste Regel beim Trabi fahren. Scheidet eure Ohren aus. So etwas müsst ihr gar nicht hören. Aber es steht wirklich nervig schief jetzt. Vorher stand es immer so. Jetzt steht das so. Aber ich merk das nicht, ne? Vom Fahren her. Vom Fahrverhalten. Das ist dasselbe Grün wie vorher, ne? Ist das ein Auto von rechts? Ne. Das ist eh Vorfahrt für mich. Voll nervig, das Geräusch. Was ist denn das? Das klappert richtig. Was ist denn das? Das Geräusch ist voll komisch. Ist ja einfach nur irgendwas abgefallen. Hier, ist jetzt auch nicht so ganz gängig. Ich glaube, das geht ja. Da könnte es eventuell sein, der klappert. Geh vielleicht gegen oder sowas. Das wüsste ich nichts. Weiter fahren und beobachten. Ich bin zunger, ich habe so einen alten Kennzeichenhalter wieder genommen. Ich schmeiße doch nichts weg. Was denn, was soll das für Tropfen hier? Ich bin am Fuß oder was? Über Öl tropfen, guck mal. Er ist bunt. Hier ist ein Ausbruch auch. Hier. Hier, Greta freut sich. Sobald ihr sehen könnt, alter Schwede. Überall, egal wo ich hinfahre mit dem Auto, überall so komisch für Tropfen. Hä? Jetzt habe ich das Ding. Hör mal, wenn ich Gas gebe, ist das Geräusch da. Also schätze ich mal, das Licht annehmen hier an diesem scheiß Heizungsschlauch. Aber die erste Fahrt somit hier unter 30 ist okay bisher. Jetzt fahren wir gleich zur Score. Wie gesagt, da ist ein Fanpaket angemeldet. Ich habe gerade einen Zettel gesehen in meinem Briefkasten. Ne, geben die gar nicht mal raus bis 13 Uhr. Brauchen wir gar nicht hinfahren. 13 Uhr machen die ja erst. Können jetzt Montag hinfahren, fällt mir gerade so ein. Fahren wir jetzt direkt weiter. Und will ich sagen, wir fahren gleich mal auf dem, soll ich sagen, auf den Stück, wo man so 70, 80 fährt. Und dann gucken wir mal, wer einseitig zieht. Und wenn man dann nicht einseitig zieht, ist das Fahrwerk nicht vollkommen in Ordnung und der Wagen kann weiter bewegt werden. Dann müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten dran machen, dieses Geklapper und so was. Und die Bremsfläuche vorne. Und dann ist die Gucke wieder voll, komm, hundertprozentig einsatzbereit. Halt nur mit gelben Stamm, mit Olivenkopfflügel. Seht ihr jetzt hier rum? Können auch hier rumfahren? Ich glaube schon, ne? Ich denke, ich brauche Bremse. Der Brems super, auch gleichmäßig, ne? Aber die Bremse bleibt dann feststehen ganz kurz und löst sich ganz langsam wieder auf. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Bremsschlauch zugewichst ist von innen. Dass das sozusagen zugequollen ist. Und hier, sag ich mal, der Druck, mega lang braucht, um zurückzulaufen. Fand selber. Wenn ich selber den Fuß drücke, geht es halt ohne Probleme durch. Aber wenn ich lossehe, braucht es halt lange zum Lösen. Voll nervig das Geräusch. Könnte auch die Tarotwelle sein. Oh, da liegt Sperrmüll da von hoch. Habt ihr gesehen hinten? Auch immer sehr interessant. So, 50 kmh. Haben wir. Auto fährt normal geradeaus. Ja. Oder? Ja, fährt geradeaus. Wie gesagt, Lenkrad stand schon immer schief bei dem Auto. Ich hab das Auto noch nie mit geradeem Lenkrad gesehen. Noch nie. So, weiterhin 50. Und der hinten kommt das 100er Stück. Dann werden wir auch gleich voll durchziehen und auf 100 kmh hochgehen. Und mal gucken, wer der läuft. Das müsste eigentlich relativ warm sein jetzt. Ja, warme Luft kommt an, die Heizung. Das Klappergeräusche ist jetzt auch weg, das komische Wann gerade eben. Das ist mal sehr interessant. Ich war schon ein bisschen schneller wie erlaubt, ich weiß. Ich lade jetzt mal drauf. Aber ich brauche halt ein bisschen länger im Anlauf zu holen. Riecht schön verbrannt hier drin. Also der Heizung funktioniert. Ackergeräusche sind wichtig. Und Farbstabilität ist wichtig. 90 kmh, wir fahren hier kein Maserati, das ist schon klar. 95 kmh, 100 kmh, wieder runtergehen vom Gas. Hier ist nämlich die Kreuzung zu meiner Halle hin. Industriestraße. Dann können wir wieder Gas geben. Mit dem Spiegelschirchen wieder verstellt. So, jetzt können wir wieder Gas geben. Jetzt kommt längere Stück. Jetzt gucken wir mal, wie der Fahrwerk anstellt. Bin gespannt. Aber fühlt sich ganz gut an. Guck mal, keine Handlenkheit, der fällt gerade aus. Ich sieht nichts an der Tür, auch wichtig. Das ist alles, das ist alles okay. Keine Luftzucht, also das Spalt macht es okay. 100 kmh. 103. Und dann ist das. Das ist der Scheiß hier, Heißungshofel da. Okay, wir fahren 100. Wir haben auch Gegenwind. Das ist gerade die Himmel für der Scheißanlage abgebrochen. Scheiße. Da habe ich schon dreimal jetzt lebt. Sieht wohl so aus, ob wir es noch ein Viertes Mal machen müssen. So Jungs, mein Fazit erstmal. Auto fährt sich ganz gut, fährt für immer, also wirklich für immer, fährt gerade aus. Aber das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, sag ich mal, für unser... Guck mal, Sicherung ist raus für den Innenraum, glaube ich. Lampe, Innenlampe geht nicht. So kleine Schläge, die helfen schon einiges, sind schon alles kaputt. Ich habe diese Lichtleiste hier eigentlich drin. Dann muss man sie halt auslassen. Ist ja doof. Ja, was mir auffällt, das Auto fährt nur 100, 105. Im Treffi fährt eigentlich 120. Fällt euch wahrscheinlich jetzt auch rauf, wird die Gurke so langsam. Ist eine Einstellungssache in dem Fall. Ich habe dem Motor auf Spätzündung gestellt, dass er so ein bisschen geschont wird, weil er diese scheiß Seeschübergeräusche macht. Und da habe ich gedacht, okay, ich stelle da Spätzündung auf das Ding. Muss auch nicht so mega viel leisten. Hat wohl ein bisschen weniger Leistung in puncto Geschwindigkeit und sowas. Aber muss nicht so stark beeinflusst werden. Und wie gesagt, so kannst du die abgefuckten Motoren manchmal noch einige Kilometer länger halten. Also darüber nicht wundern, dass es wirklich bei der Gurke eigentlich fast ein Dauerzustand, weil die nur Schrottmotoren fährt, die ich eh nicht ausfahre. Und die normale Fahrgeschwindigkeit mit dem Treffi sind 90, maximal 80, 90. Ja, aber ich würde sagen, vom Fahrgefühl her, die Schlauchscheiße gleich noch heiler machen. Da vorne. Den Hebel gleich wieder kleben. Na komm, das machen wir jetzt noch eben. Dann ist die Gurke eigentlich wieder einsatzbereit. Fühlt sich ganz okay an. Und Bremse, wie gesagt, löst halt nur langsam mal an. Kann man auch mitfahren, aber ist auf Dauer halt ziemlich nervig, wenn du in der Ampel stehst, die Bremse gedrückt hältst und damit es losfährt, dann merkst du, wie die Bremse erst langsam mal losgeht. Voll doof eigentlich. So, ich bin jetzt von der Halle wieder. Ich würde mal sagen, die Probefahrt war ein ziemlich großer Erfolg. Ich glaube, ich brauche den Fahrstuhl nicht tauschen. Schon mal sehr geil. Uli hat damals in diesem Radio, das hat Uli damals mal gesponsert, unser Backelmann, ne? Der hat damals seine ST-Karte darin vergessen. Da ist so ein 90er Jahre Spezial-Gurkentechno drauf. Und ich habe da keine CD drin und kein USB-Stack in dem Radio drin. Deswegen gibt das Gurkentechno. In der Gurke halt. Auto fährt okay. So, ich würde mal sagen, vielleicht machen wir auch noch so ein paar kleine andere Arbeiten. Wie eine Sache, die euch schon Ewigkeiten auf den Sack geht, mir aber eigentlich bisher scheißegal war. Wie zum Beispiel das Lenkrad. Das Lenkrad gerade stellen. Wir reden ja schon einige in den Kommentaren von, mach mal das Lenkrad von dem Auto gerade. Unbedingt. Die Lenkrad ist so schief, der sieht scheiße aus. Hat mich nie gestört. Aber ehrlich gesagt, jetzt stört mich das so ein bisschen, weil das ziemlich die Sicht abnimmt. Auf dem Tacho sitzt, ne? Weil das halt ein bisschen schiefer steht. Und... Alles gut, Thor. Und wie gesagt, die Tatsache, dass das Lenkrad ein bisschen schiefer steht. Ich sag mal minimal, nicht viel, ne? Ist ein Beweis für mich, dass er auf jeden Fall von dem LKW einen gekriegt hat. Irgendwie, ne? Auch die Tatsache, dass der in der Decke gefehlt hat von der Felge. Ist auch ein Indiz dafür. Aber ich merk's beim Fahren nicht. Er zieht nicht einseitig und gar nichts. Und Lenken tut er auch gut. Warum soll ich das ändern? Scheiß drauf. Fährt doch. Fährt doch super. Wir haben ja keinen Maserati, der mit 350 kmh bei der Autobahn liegt. Sondern eine Gurke, die fährt nur 80, weißt du? Im Schnitt. Wer fährt das Ding doch gar nicht? So. Denkrad machen wir... Das ist eine Arbeit, die machen wir auch noch. Mal gucken. Aber das war ja am Anfang diesen scheiß Heizungsklauster und diesen Scheiß hier wieder ankleben. Aber das ist mich wirklich nervig, ne? Ich hab ne Handpumpe hier drin. Die ist leider ziemlich abgefuckt und die hat leider auch nicht mehr viel Kraft. Oder ganz im Gegenteil. Ich brauch halt viel Kraft, die zu betätigen. um das Tor zu machen. Weil hier in der Halle sind gerade Schätze. Von der Länge, wie ich pusten kann, 5 Grad. Oh, dieses Ding hier, seht ihr, ist scheiße und im Arsch. Da. Ne? Sieht man. Nicht gut. Gar nicht gut. Nehmen wir eine Zange. Und ziehen wir ihn raus und gucken jetzt mal, warum er nicht hält, außer dass er zerbrochen ist. Ja, da ist nicht mehr viel Leben drin, ne? Aber ich hab auch keinen Universalgriff dafür da oder irgendwas, den wir nehmen können. Da muss man jetzt irgendwas anbauen, was wir als Griff nutzen können. Weil der Griff, der jetzt ist, der ist nichts mehr. Der ist Müll, ne? Irgendeinen Scheiß. Irgendwas, wo wir noch rumfliegen haben. Kaufen will ich jetzt auch keinen Griff. Ich hab irgendwo mal einen Griff gehabt von so einer scheiß hier Tankwagen, wo ich den Tanklager gefunden hab. Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist doch ein super Griff. Ja, den nehmen wir doch. Normalerweise würde ich den Vitamalz nehmen, so als Hausmarke. Man soll so einer Hausmarke immer treu bleiben. Aber in dem Fall würde ich sagen, ist ein Metalldecker zu scharfkantig. Ja, die Idee müsste gehen. Größer. So, Deckel ist angepasst. Stecken wir den mal hier so rein. So ungefähr, hab ich mir das vorgestellt, dass man den so reinstecken kann. Passt vielleicht die Mama, die hier ist. Ich hab die gerade so gesehen. Da ist ein Tennisgewinde noch reingeschnitten. So ein Restgewinde von früher noch. Natürlich sehr abgefuckt. Aber wäre natürlich eine schöne Halteunterstützung. Wenn wir jetzt... Hm. Da ist eine Mutter. Das ist ein Auto. Die ist da wieder für gemacht. Wollen die da reindrehen? Ja man, die passt sogar. Richtig geil. So. Jetzt drehen wir die Mutter mal eben da so ein bisschen ran. Geile Scheiße. Es passt sogar. Irgendwie so ein bisschen mal eben schrauben sie hier. Oder hier so eine Nuss oder so einen Scheiß. Ich brauch's gar nicht mehr kleben ey. Guck mal. Da ist er. Das funktioniert auch so. Original man. Geile Nummer. Jetzt machen wir ein bisschen Scheißdings da noch rein. Ein bisschen Heißdings oder sowas. Oh Sekundenkleber geht doch auch. So als Unterstützung. Und dann ist das gut. Ich sag ja. Ein alter Wilsa-Deckel ne. Was schmeißt du sowas weg? Der könnte doch auch das mit Heile machen. Hundertprozentige Nummer. Guck mal. So. Gucken was ich noch hab an Kleber. Ich hab so zwei Komponenten Kleber. Aber das kennt ihr vielleicht auch. Ach der ist noch so gut. Den kannst du auch nicht nehmen ne. Ich hab immer so eine abgefuckte Kacktube rumfliegen mit äh. Uraltem Sekundenkleber. Der wär dafür halt super. Boah. Ich glaub ich hab ihn hier mal gesehen. Ne. Wie ist denn ein USB-Kabel drin? Blende für ein VW-Radio. Guck mal ich hab hier nen Internet-Stick. Gut ne. Habt ihr auch euer Internet-Stick immer in der Auflieberkiste liegen? Ich find meine Ordnung ist der Hammer. Scheiße. Wo ich jetzt. Keine Ahnung. Nehm ich jetzt den guten? Hier ist das so ein Hebel. Der passt auch an diese scheiß Fernlicht-Scheiße vom Krabbi dran. Die kaputt ist. Ich nehm Fernlicht. Hier zwei Kondomenten. Hab ich ja von euch bekommen übrigens damals. Und danke dafür. Weil das fand ich echt gut. Ach mir sind wir so mit so einer Stingsmatte bei. Das brauchen wir nicht. Geht auch ohne. Zwei Komponenten. Blablabla. Plurotenz-Lebstoffs-Reparatur von Kunststoffteilen. Ich sag ja immer wieder. Wir reparieren doch den ganzen Tag die Kunststoffteile. Aaaaaah. Aaaaaah. Schrauben sie jetzt und zusammen mixen, hier ist ein abgebrochener Bohrer, der ist einfach auch super, äh, boah, ist das schwer geht ja nicht, da kommt nur eine Komponente raus, und das ist die schwarze, der ist ja gut und böse, ne, yin und yang, böse spitze Schraube, hier darf sie nicht auf dem Boden liegen, für den Scheißplatz, warte, ich wisch dann eben ab und mach die meinem Glanz auf, erledigt, Kleber ist auch wieder versiegelt, damit er auch wieder 20 Jahre hält, weil, wie gesagt, bei mir hältst du eine Tube im Schnitt 5 Jahre, bevor ich die nächste aufmachen muss, außer natürlich muss ich jeden Tag damit kleben, ach scheiße, komm hier eine Lampe, einhändig Lampe abmachen ist eine scheiß Idee, sonst gucken wir uns mal eben an, was mit dem Fernlichtschalter los ist, weil der muss auch funktionieren, das sieht doch gut aus, oder nicht, ich finde das richtig professionell, richtig eklig, tatsächlich, der ist abgefallen, der Deckel von dem Scheiß, weißt du, wie der ist, der ist echt abgefallen, wo ist der denn, kann auch gar nicht sein, fast, hier wo ein Kabelbinder festgemacht, geht auch super, schon jahrelang, so, ist er noch irgendwo hier am rumfliegen, muss ich den anderen nehmen, da ist er doch, ist der einfach abgefallen, der Sack ist ja unglaublich, wie so fällt sowas einfach so ab, das tust du doch eigentlich nie, und ich weiß gar nicht, wie wir das aufgebaut, ist das das Problem, da kommt so scheiße da ran, ne, muss von unten ran, so rum, so, wird dann so reingelegt, und hängt dann so davor, ich werde das noch mal festgemacht, ich weiß das gar nicht mehr, mal gucken, ob wir das Licht anmachen, ansaugen funktioniert schon mal, das vom Magnet, das ranfrickeln da, wieso ist der denn ab, muss man eine Ursachenforschung haben, warum das so ist, da war eben so ein Federchen, glaube ich, dran, ich weiß auch nicht mehr, was das war, ich muss eben kurz in meine Teilekästen gucken, ich habe noch irgendwo einen anderen davon, vielleicht können wir uns mal eben abgucken, wie das funktioniert, weil ich will ja jetzt keinen neuen verbauen, das ist ja Verschwendung, einfach die Teile zu tauschen, wenn man die alten Teile wieder heile machen kann, das mache ich gar nicht gerne, das kostet ja alles Geld, hm, ich habe einen Taxe reingelegt, was ist das, ich habe ja einen ausgebaut, genau, da ist er auch, ne, das scheiße Deckel auch abgefallen, ach nö, ne, kann doch nicht wahr sein, Teilekisten, na von euch, das sind die Fan-Pakete, die noch nicht einsortiert sind und die noch nicht zum Einsatz bekommen sind, zum Beispiel hier, das Fan-Paket mit dem, mit dem ganzen Trailer-Zubehör, der Trailer kommt bis, eigentlich soll er dieses Wochenende hier landen, aber nächstes Wochenende hierher, und meine neue Wind-Defendtrailer habe ich auch schon gekauft, ne, also, ich denke nicht, ich mache nichts, ich mache wirklich was, hm, guck mal, das ist doch jetzt die VW-Kiste, die ich jetzt hier habe, mit dem VW-Lichtschalter, Türgriff, F1-Blinker, Lekatess-Gurken, boah, der war auch cool als Schalter, zack, zack, deswegen, ich habe viel Kram von euch, den ich halt, sag ich mal, nicht zuordnen konnte, auf älteren Fan-Paketen, aber das Zeug gekriegt schon, das geht nicht mehr, ne, wie gesagt, ich sage, großes Danke nochmal dafür an euch, ähm, ich, auch nö, da ich jeden Tag Zeit dafür habe, ihr seht ja, ich bin immer unter Zeitdruck, die ganzen Kram einzeln sortieren, stelle ich immer hier eine Ecke, und dann nehme ich für den extra Tag meistens immer Zeit und sortiere das ein, wie der Abzieher, und, kennt ihr ja das Paket, kennt ihr meistens von euch auch noch, immer eine größere Kiste noch mit so kleinen Kram stehen, weil ich packe immer so, Trabi-Teile und sowas packe ich immer ganz gerne in eine einzige Kiste, in so eine Wühlkiste, ich weiß selber, wie blöd ich eigentlich bin, auch gar nicht mal in der Wühlkiste gucken, ich habe ja noch eine Trabi-Wühlkiste, aber die größte Trabi-Wühlkiste, die beste, die ich habe, wo alles drin ist, was ich immer mal brauche, ist im Auto selber, hier, und tada, hier ist eine, hier, Minifeder, sag ich ja, ob wir die da drin wiederfinden, und nein, ich will den nicht nehmen, das ist mein Ersatz, weil der ist nämlich getestet und der funktioniert, das weiß ich, ne, und wenn ich jedes Austausch, habe ich keinen Ersatz mehr, ist ja auch doof, und habe ein wahrscheinlich noch gut funktionierendes Teil weggeschmissen, hier ist das Ding, da, ziemlich alles Rostbeukle, sieht ihr das, alles Rost, was hier von oben vom Radkasten runtergekommen ist, ne, nicht vom Radkasten, Radkasten, ne, Radkasten war ja, der war doch hier, oder nicht, der ist doch hier auf der linken Seite, die Batterie ist links, ja, der hat auch schon dicht geschmiert, der hat auch Probleme gehabt, durch Rostungen gehabt, da kann man das nicht so sehen, das hat Mike Sanders reingeschmiert, die Kahl-Variante habe ich genommen, so, dann machen wir den mal eben zusammen, dann müssen wir gleich wieder gehen, wir haben den kleinsten Federbruch der Welt, deswegen geht das nicht, repariert, so, Innenlampe geht auf wieder, ist nur die Sicherung hier hinten rausgefallen, deswegen ging die nicht, können wir die wieder draufstecken, den Deckel, gut ist das, so, Gurkenauto ist in der Hinsicht auch wieder repariert, schon mal sehr gut, Navi ist abgefallen, naja, wird scheiß drauf, ähm, das passt, das passt, so, lassen wir diesen Deckel hier abschrauben, jetzt mal gucken, ob wir Lenkern abkriegen, vielleicht können wir es mal gerade stellen, wäre mal ganz schön, und ein bisschen gerade stellen, ganz gerade ist auch wieder falsch, das passt dem Auto nicht, so Mädels, hier sehen wir auch zwei Problemfälle, die die Autos öfters mal haben, vielleicht mal für euch so, ich sehe zum Beispiel hier, hier, dieses Gummi hier läuft gern mal fest, dann geht das Schalten auch schwerer, ne, was ich mache, ich fette den immer so ein bisschen ein, seht ihr das, mit ein bisschen Öl und sowas, was sicherlich schlecht fürs Gummi ist, aber scheißegal, das hilft, ne, Lenkung, schleift, schleift irgendwo dran, ne, das ist okay, das ist ja wie neu, so, jetzt gucken wir mal hier vorne, ich gucke mir vor schon, dass hier nochmal reingedrückt wurde, oder, guck, ein bisschen schief, ne, Träger hier sieht das, ne, ist aber okay, und dann haben wir in die Buchse ein bisschen Öl nachher rein, diese hier, das ist ein Kriegelöl, hier fliegt auch ein bisschen was, so, jetzt müssen wir den Deckel oben abmachen noch, damit wir an diesen scheiß Spind rankommen, der das Lenkrad festhält, das übrigens auch schon mal ein Nachteil ist, weil hier, wenn wir das Lenkrad gerade setzen wollen, müssen wir rein theoretisch doch ein Loch bohren, was wir natürlich jetzt nicht machen, ne, ist logisch, aber ich überlege gerade, ob ich das nicht umrüste auf dem Lenkrad der älteren Baureihe von früher, von dem frühen Trabant, ich sag mal auch hier P60, hat er ja auch gehabt, oder vom frühen 601er, ne, ist natürlich ein bisschen beschissener griffig, aber würde natürlich die Sicht auf die Armaturen wieder ein bisschen mehr freigeben, ne, Was ich mein Trabant immer nervig finde, ist, dass die Schrauben, dreiviertel der Fälle immer Schlitzschrauben sind, gut, ist nackig der Mist, jetzt hier reinguckt, seht ihr, da ist ein Spind, und er endet auf die anderen Seite, hier, nicht, und wenn er den rausklopisiert, dann ist er halt rausgekloppt, und das einzige Möglichkeit, die ihr halt habt, wenn ihr das Lenkrad gerade setzen wollt, ist rein theoretisch ein neues Loch reinbohren, was wir uns natürlich jetzt schenken wollen, ne, dafür machen wir es doch, mal gucken, hab ich schon mal gesehen, Trabi ist mit mehreren Löchern tatsächlich hier im Lenkrad, damit das hier gerade sitzt, jetzt müssen wir uns ins Lager gehen, beziehungsweise ins Büro, da hängen wir an den ganzen Lenkräder, und ich überlege ja echt, ob ich dieses hier nachrüste. Passt halt wieder zum Gurkenauto, ne, da habe ich zwei Variationen von, eine gute und eine schlechte, das hier ist die schlechtere Variation, und ihr wollt dafür eigentlich nehmen, weil, ich finde, je abgefuckter und schlechterer das aussieht, desto besser ist das am Ende für unser Auto, aber das hätte sich ganz ungewohnt dann, oder? Oha, aber wäre irgendwie urig, vor allem dieses Lenkrad, dann kommst du mit dem moderneren Motorrad drin, ist voll urig. Richtige Bastelbude mein Auto. Ist original so, ne? Joa, krieg ich töd. Lass aber rausklappen, und dann gucken wir was wir machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hab so gerade diesen scheiß Kerbstift da raus so tragen, da ist so ein scheiß Molzen drin, so den müsst ihr halt rausschlagen, oder rausdrücken, oder was. Ich hab ihn jetzt gerade schon ein bisschen einseitig gedrückt, und andersrum gedrückt, keine Ahnung, ne? Ja, aber da geht nicht so richtig raus. Ich hab gedacht, okay, guckst mal hin mit Google, gut ist das, ne? Das ist das erste, was man macht, im Auto, guck mal nach Google. Dann guckst du so ein Pappenforum, und so was halt so. Jetzt gehst du durch, da steht nur drin. Joa, solche Fragen stellt man nicht, und gucken das scheiß Buch rein. Okay, komm, jetzt gucken wir mal das scheiß Buch rein. Gibt da denn schon eine Trabi-Literatur, ne? Blaue Vermeister wurde mir empfohlen. Oder wurde der empfohlen, im Dingsen-Chef, mal gucken. Wollen wir erst mal suchen. Fahren wir dann mal L, L für Lenkrad. Das ist immer gut. Ladegerät, ne, B Batterie, G, K, K, L. Lackierarbeiten, Ladegerät, Leerlauf, Leitungsarten, Lenklagerbolzen und Buchsenwechsel. Lenkgeometrie, Lenkrad auswechseln, 134. Ja, das ist immer so, so ein Buch hilft immer, ne? 134. So, zack, zack, zack. Hier messen der Vorspur. Hahaha, das wollen's doch nicht. Scheiße. Äh, äh. Bergsteine, Gabelschlüssel, 13er, 2 Stück, mittlerer Hammer, 400 hab ich auch. Dorn hab ich auch. Ne, mittlerer Schrauben hab ich auch. Armkehre 6 und 7, bla bla bla. Lenkrad mit Lenksäule etwas nach oben ziehen. Den Kegelstift im Lenkrad wird sichtbar. Hab ich schon gesehen. Kegelkerbstift mit Dorn und Hammer aus dem Lenkrad herausschlagen. Es ist günstig, wenn einer von einer zweiten Punkt Lenkrad mit größerem Hammer neben dem Kerbstift gegen gehalten wird. Haben wir nicht. Lenkrad abziehen. Das Lenkrad ist in der Lenksäule. Lässt sich leicht abziehen. Ja. Möglichst einen neuen Kerbkegelstift verwenden. Muss einen alten Stift wieder verwendet werden. Dann vorhin in der Einstellung von Grad entfernen. Ja. Ja. Das ist doch scheiße. Wir können es ja nicht gegenhalten. Ist logisch. Hier haben wir das Bild nochmal dazu. Ne. Das hilft auch nicht viel. Soweit ich weiß, ist das Ding ja hier. Genau wie bei mir. Genau. Es hat einen scheiß Kerbstift. Und so ein scheiß Kerbstift ist ja so ein komischer Stift, dass der halt wie eine Kerbe ist. Den kannst du nicht beiseitig rausschlagen. Haben die auch nicht geschrieben. Da steht nicht drin, warum man den rausschlägt. Also hilft mir das auch nicht viel weiter, dass man ihn rausschlagen muss. Dann weiß ich selber auch. Hm. Ich würde mal sagen, wir hauen ihn mal von da. Von hier runter. Da. Da sehe ich. Ne. Gegenhalten kann ich jetzt nur mit meinem eigenen Fuß. So. So. Alter. Da. Ja, ja. Das Problem ist, wenn du da irgendwann extrem hart mit einem großen Ding drauf umklopst, hast du am Ende eine Niete, wenn du da auseinanderschlägst am Ende. Das ist dann natürlich nicht so schön. Ah, das ist doch doof, das gefällt mir ja gar nicht. Ich will mal gucken, ob ich den Wasserpumpenzang eventuell was basteln kann, da ich den da irgendwie da so gegendrücke. Was macht denn der Scheiß übrigens hier? Oh, der ist hart wie Beton fast. Das ist gut. Bestes Ding, ich sag ja immer wieder, das wird nicht auf dem Pfand, ne? Aber das ist scheiße. Ne, Jungs, das ist nicht so riskant. Ohne Scheiß jetzt. Wenn ich den Mist jetzt hier kaputt mache, ne? Dann habe ich ein ganz, ganz dickes Problem. Scheiß auf Lenkrad. Das bleibt erstmal so. Wissen, bis ich ein bisschen Zeit und Lust dazu habe. Das macht ja keinen Sinn. Bevor ich hole, ich sage, irgendwie den Stift jetzt komplett krumm oder die Lenksäule krumm, darf die Lenkung noch tauschen wegen so einer Scheiße. Da habe ich keinen Bock drauf. Ne, dann mache ich jetzt das, weswegen ich das auch gemacht habe. Die Hälfte der Arbeit. Ich brühe hier ein bisschen Öl rein. Ist das gut. Ne, das tue ich mir jetzt nicht an. Das konnte offenbar nach hinten losgehen. Und das wollen wir natürlich nicht unbedingt. Oh, das merkst du sofort, das Öl, ne? Da war dann hier einer bei. Sieht, wenn es kein Kriechöl ist, ist normales Öl tatsächlich. Ne, zum Sprühen. Mal hin, das Gummi ein bisschen rein. Das ist auch schon ein bisschen, ein bisschen misshandelt wurde von mir. Ja, besser ist das. Normalerweise würde ich jetzt sagen, scheiß drauf. Aber ich würde dieses Auto wieder fahren. Und wenn ich jetzt da irgendwas kaputt mache, stecke ich mir zu viel Arbeit auf einmal in dieses Auto rein. Dann macht es keinen Spaß mehr, weißt du? Die Reparatur jetzt, die Umfaltreparatur hat ja ein bisschen Spaß gemacht. War ja schön und gut alles, ne? Jetzt kann man es doch wieder hochgelieft werden. Geht von auf den Sack sonst. Aber, ne, das stellt mir so ein bisschen den Spaß dran. Und Lenkrad bleibt wieder, kommt wieder ins Lager. Ist eh nicht so griffig, ne? Also, wie gesagt, das ist, ich schätze mal, das fährt sich relativ scheiße mit diesem Lenkrad. Sieht vielleicht geiler aus, aber ich glaube, das ist, das ist so ein Metallring anfasst, weißt du? So ein S440 erst an. Das ist natürlich viel geiler, das ist Luxus dagegen, ne? Eigentlich wird dieses Blanco viel cooler mit der freien Lenksäule. Aber das kann man leider nicht so lassen wegen dem Schalter. Sonst hängt er nur so rum. So, ich baue den Scheiß wieder dran und gut ist halt. Ne, das tut mir jetzt nicht an. Da habe ich jetzt echt keinen Nerv zu. Weil wenn ich nur noch live streamen will für euch. Und das wird mir den Plan so ein bisschen verderben. Na ja, Jus, das ist für dazu. Ich muss es jetzt mal so lassen jetzt. Ich muss das nämlich, ähm, den Stream für euch jetzt schon anschmeißen. Weil Mirko hat gesagt, der ist dann und dann zu Hause. Und dann könnte ich nämlich sein, hier, dann könnte ich die Regale nachher abholen, die ich von mir kriege. Weil das Ding passiert ja mit. Das heißt, das Ding kommt hier an seinen Platz. Das mache ich jetzt am Montag oder so weiter, dass das Ding zusammen ist. Und ich sage, machen wir die Restarbeiten am Montag. Also auch videotechnisch ein bisschen für euch. Dass wir das dann wieder ausrichten und sowas. Dass wir das Ding wieder auf der Straße haben. Außer halt diese Bremsleitung. Weil die Bremsleitungen sind ein bisschen mehr Projekt. Das würde ich halt gerne machen, weil ich wirklich einen Tag dafür auch komplett frei nehme. Weil ich glaube, am Montag haben wir fast schon wieder andere Sorgen. Das ist ja egal nochmal, ne? Mal gucken. Gut, dann würde ich sagen, ich beende dieses Video jetzt. Ihr gesehen, die Goke fährt. Ich beende jetzt mitten im Video ab. Ist natürlich ein bisschen doof. Aber wie gesagt, ihr müsst ja bedenken, ich muss aber diese Videos irgendwie mit in meinen Alltag einbauen. Und wenn das mit dem Alltag nicht passt, dann ist das Video halt mal ein bisschen abgebrochen. Oh, wie leicht, wenn ich da wieder den Gänger reinmache. Richtig schön. Hier, Geheimtipp. Jetzt habe ich aber die Dose in einem Bremspedal gehabt. Geil. So fährt man am besten Auto. Ey, Jungs, das Öl an der Stelle, ne? Da auch. Hat richtig was gebracht. Das merkst du sofort. Guck mal. Wie leicht, wenn ich da wieder ist. Warte mal, wie klapprig die Scheiße eigentlich aufgebaut ist. Na guck mal, das ist ja eigentlich nichts, ne? Das Original Sachsenring. So bauen die das. Gut, Leute. Ich merke mich ab. Wie gesagt, ihr wisst Bescheid. Ähm. Ich lasse eben alles hier drin liegen. So wie es ist. Ähm. Ja. Ich muss treiben. Sonst kriegen wir den Plan von morgen nicht hin. Das muss am Wochenende verstehen. Das muss passieren, weißt du. Aber morgen passieren, weil ich bezahle schon Miete für die Nummer. Und wenn ich dafür Geld bezahle, muss ich den Platz auch haben. Schau mal vor, diese Halle hier vorne ist plötzlich fast leer. Und wir können hier richtig was machen. Dann können wir da Schrott kaufen, bis zum geht nicht mehr. Dann kann ich jeden Müll kaufen. Das Außenlager kann ich ja nicht schon aufgeben, weil dann muss ich ja nicht mehr da Straße runtergucken. Und dann wäre das Provisorium, was wir damals gemacht haben. Endlich was Richtiges. Und ich kann mit meinem Speedshop deutlich mehr anfangen. Wie gesagt, ich habe noch einiges geplant an Autos und einiges geplant an Videos auch für Autos. So. Und noch gespoitert. Munter. Haut rein. Ich muss noch voll pieseln vor dem Weißdruck. Geht euch hin. Und Fahrrad und so. Geht euch hin.